Herzlich Willkommen zurück bei Anno 1503 in der History Edition. Heute haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Richard den Ruchlosen zu stellen. Und ich würde sagen, wir schauen erstmal, was unser Auftrag ist. Der ruchlose Richard, ein wirklich widerwärtiger Seeräuber und Pirat, hat seine Präsenz in eurem Gebiet vergrößert. Überfälle auf Schiffe und Städte mehren sich und so bleibt euch nichts anderes übrig, als sich mit diesem äußeres unangenehmen Zeitgenossen zu befassen. Ihr konntet diesen Freibeuter noch nie richtig leiden. Nun ist der richtige Augenblick, sich seiner zu entledigen. Und eben genau das werden wir jetzt tun. Tendenziell 4 Stunden, das sollten 6 Stunden gewesen sein. Wir haben 3 gebraucht, nicht ganz. Ich denke, hier werden wir vielleicht auch keine 4 brauchen. Mal gucken, wie es aussieht. Aha. Wir haben... Okay. Mir fällt gerade noch eine Sache ein. Einen ganz kurzen Augenblick. So, zu früher Stunde braucht man natürlich ein Käffchen, ne? Den habe ich gerade gekonnt in der Küche stehen lassen. Dann einmal frisch ans Werk. Ich nehme an, dieser ruchlose Richard hat hier sein Dasein. Alles klar. Ich dachte, er wäre auf mehreren Inseln verbreitet, aber scheinbar nicht. Dann würde ich sagen, uns geht es jetzt einfach nur darum, eine Siedlung aufzubauen. Ja, wir haben massiv Ressourcen. Brauchen wir erstmal einen Fischer. Ein bisschen Nahrung sichern. Jagdhütte. Schwierig. Das ist immer in diesen Gebieten so eine Sache, ne? Mit den Jagdgründen. Ich würde sagen, wir setzen die mal hier drüben hin. Dann kommt hier nämlich der Weg. Müssen wir mal hier die ganzen Türen aufmachen. Weiß nicht, warum die alle zu sind, aber ist ja auch egal. Gut, dann bauen wir gleich nochmal einen Gerber. Gucken wir nochmal kurz, wo hier... Na. So. Weißt du was? Können wir auch einfach so einen Bauholzfüller hier hinknüppeln. So. Hier noch einen. Hier noch einen. Dann soll es erstmal reichen, würde ich meinen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und dann kommt hier drüben ein Marktplatz dran. Ja. Das ist doch schön. Da freig mir. Machen wir mal hier vier Häuschen hin. Hier drei. Hier nochmal vier. Und dann haben wir kein Holz mehr. Gut, ihr sollt aber noch... Das ist schön. Hier einen Nahrungsstand hin. Oh leu. Ich habe die Häuser komplett schiefgestellt. Knick in der Linse gehabt, würde ich mal meinen. Na gut. Was haben wir denn jetzt? Zwei, vier Kanonen. Okay. Schön. Ich hätte gedacht, ich hätte wenigstens eine kleine Stadt oder so. Aber Pustekuchen. Dann haben wir hier irgendwas... Wir haben ein paar Seile. Gut. Wir könnten theoretisch ein Schiff bauen. Sobald wir... Stoffe haben. Salz haben wir sogar. Krass. Eine Kapelle kann gebaut werden. Das ist ja unglaublich. So, folgendes. Ich würde mir mal vorschlagen, wir reißen mal hier das hier ab. Na ja, so ein bisschen zumindest. Und setzen dann mal hier die zwei Schafsfarmen hin. Dann kommen wir zumindest schon mal an die Stoffe ran. Stoffjes. Drei, zwei, eins, meins. Perfekt. Ja, und dann müssen wir die zwei Jungs hier nochmal weghauen. Können wir schon mal ein bisschen Ordnung schaffen hier für das, was da gleich kommt. Und nicht noch mehr Häuser. Oder erst mal Klamottenstand. Damit wir mit unseren Leder auch ein bisschen Money machen. Und dann hier der Weg hoch. Brauchen wir auf jeden Fall noch... Oder warte mal, hier vorne können wir doch ein, zwei von den kleinen Farmen hinsetzen, oder? Ja, hier passt auf jeden Fall eine hin. Zehn IQ-Play mal wieder. Kein Wunder, dass ich hier kein Holz bekomme. Da-da-di-da-da. So. Machen wir einmal den hier. Und hier hinten können wir noch zwei hin tun. Oder erst mal eine. Auch gut. Ach komm, eine müssen wir noch setzen. Sobald wir genügend Holz haben, versteht sich. Geht doch. Zack. Gut, dann heißt es jetzt erst mal warten. Minus 24 durch unsere Soldaten. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Richard der Ruchloser. Ich denke, wir werden mit dem handeln müssen, ne? Bevor wir den vernichten. Drei Tonnen Stoffe. Wie viel brauchen wir? Acht. Ah ja, okay. Ich würde vorschlagen, wir können hier noch eine Kneipe hinsetzen. Damit wir auch aus dem Alkohol ein bisschen Gewinn ziehen können. Dann packen wir hier noch mal ein paar Häuser hin. Und eine Kapelle. Ich weiß, sind unseren Stoffvorräten, ist das jetzt nicht unbedingt zukömmlich? Aber das können wir hier rausnehmen. Ha, dann können sie es nicht mehr kaufen. Dann müssen sie sich mit Leder zufrieden geben. Kann man natürlich auch ganz raffiniert einsetzen, sowas, ne? So, kleines Handelsschiff. 15 Tonnen Holz. Die haben wir. Fehlen nur noch die 8 Tonnen Stoffe. Sollte ja theoretisch nicht so lange dauern. 20 Tonnen Säule, ja, okay. Ich würde sagen, die Kirche packen wir dann hier, ne? Also Kapelle. Entweder direkt in die Brauerei, oder... Ja, ne, komm, direkt in die Kneipe kommt es dran ran. Brauerei sage ich schon. Perfekt. Bitte Schiff bauen. So, ihr dürft dann wieder hier fröhlich das Zeug einkaufen. So, dann dürft ihr euch auch weiterentwickeln. So, dann fährst du mal nach da oben, und dann schauen wir mal, was da ist. So. Ihr habt hier eure Kapelle, ihr könnt dann genau wachsen. Eine Schule kann gebaut werden. Wie viel Werkzeug brauchen wir denn für das Ding? Äh, Steine 10. Null. Acht. Okay, wir brauchen auf jeden Fall hier ein bisschen was. Oh, dann könnt ihr hier aber mal pausieren. So, was haben wir hier? Ja, Alkohol, Werkzeug und so ein Zeug. Da sind wir jetzt gerade mal zufrieden mit. Flottenkommandant an Deck. Eure freundliche Zufriedenheit ist mein einziges Strecken in diesem... Oh. Oh. Das ist ja... Wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das passiert. Ich dachte, wenn ich mit in Frieden bin, dann passiert da nichts. Aber krass. Da haben sie mich direkt mal ausgenommen. Aber das war jetzt nicht... 2000 habe ich jetzt dadurch verloren. Das war schon ein bisschen... Kack hier ist, ne? Das war ja jetzt... Das war jetzt ja richtig dumm. Aber es ist gut zu wissen, dass das funktioniert. Aber instant ausgeräumt haben sie mich. Ich fasse es nicht. Ich fange jetzt... Ach, Gott sei Dank. Es gibt einen Händler. Bitte verkaufe ich mir mal... nicht zu viel. 13 Tonnen dürften reichen. Der will mir jetzt Alk verkaufen. Haben wir noch Alk oder... Ja, ein bisschen was haben wir noch. Gut, dann fahren wir einfach mal... wo auch immer er jetzt hier hinfährt. Er fährt weg. Auch gut. Auch gut, auch gut. Dann fährt er weg. Hier wird es noch mehr Gewürze geben. Okay, jetzt ist er da oben hingefahren. Jetzt kommt er vielleicht zu mir. Noch mehr Gewürze. Tabak. Hier könnte es vielleicht Salz geben. Hier gibt es... Oh, und Baumwolle. Schön. Hier gibt es Weintrauben und alles. Genau. Wein, Weintrauben und Medizin. Hier gibt es genau das gleiche. Hier gibt es nochmal Tabak und Wein. Hat er mir nicht verkauft? Die Sackratte. Hat er mir echt nicht verkauft. Ah, ja. Ich muss sagen, ich spiele das Spiel jetzt hier aber auch gerade so schlecht, wie es fast nur möglich ist, ne? Das Werkzeug, was ich mir hier gekauft habe, haben sie mir instant geklaut wieder, die Schweine. Mit dem Holz kann ich ja nichts anfangen. Na gut, dann lassen wir erstmal das Schiff da. Werden sie es nur direkt zerböllern, wenn sie am Zug kommen. Lassen wir es sein. Solange wir Salz haben, geht es glaube ich noch von der Bilanz her. Ja, wir machen nur so 10 Minus. Das geht tatsächlich. Ich brauche nur diesen blöden Händler, der mir jetzt hier Werkzeug verkauft. Und Salz kann ich theoretisch auch kaufen. So ein bisschen zumindest. Er hat mir jetzt wirklich eine Tonne zu wenig verkauft. Naja, was soll man dazu noch sagen? Was soll man dazu noch sagen? Jetzt machen wir ordentlich Minus. Das müssen wir vielleicht doch nochmal pausieren hier. 25. Wo hat er sich denn hinverzogen? Da ist er. Komm mal ran, mein Guder. Gib dir ganz tolle Sachen für dich, die du verkaufen kannst. Und kaufen kannst du natürlich dafür Holz. Was hältst du davon? Hm? Ein bisschen Holz für unterwegs? Ja, fein, ne? Hättest du mir aber auch eine Tonne Werkzeug da lassen können. Hätte ich nichts gegen gehabt. Wäre super nett gewesen. Aber hey. Man kann ja nicht alles haben. Hier, Nahrung könnt ihr auch noch haben. So, 70 Tonnen. Mehr brauche ich davon nicht. Wird ja nur schlecht, ne? Stoffe. 8 Tonnen. Passt. Die sind bei 100% tatsächlich. Das hätte ich ja fast nicht gedacht. Freut mich aber. Wenn sie dann alle damit klarkommen. Wo ist denn unser Handelsschiff hin? Da vorne schippert es rum. Komm mal zu mir, mein Freund. Ich brauche noch eine Tonne Werkzeug von dir. Ist das denn scheiß Ernst? Jetzt verkaufen wir doch diese eine beknatterte Tonne Werkzeug hier. Und wir schalten in der Zwischenzeit mal die History Sued ab hier. Die History Music. Oh, nee. Jetzt noch so ein paar Häuser an den Wegesrand gesetzt hier. Oh. Das ist ja nett. Sehr zuvorkommend. Finde ich nett von euch, dass ihr in meinen Hafen reinfahrt, damit meine Kanonen euch wegbällern können. Äh. Sehr geräuschlos wegbällern, möchte ich dazu nochmal sagen. Also die einschlagenden Kugeln, ja, hört man, aber den Rest irgendwie nicht. So, wie schaut es aus? Gibst du mir jetzt mal ein bisschen Werkzeug? Mache ich hier irgendwas falsch? Komm her, gib mir mal 6 Tonnen. Gib dir auch 51 Tonnen, äh, 51 Taler dafür. Ja, so einfach kann man halt auch eine Piratenflotte vernichten, ne? Dauert zwar ein bisschen, aber hey. Ey, wir machen Plus. Wir machen Plus. Äh, okay, krass. Lassen wir mal dabei. Kann ich mir zufälligerweise bei ihm jetzt eine Tonne weg? Nein, kann ich nicht. Kann ich natürlich nicht. So, cool. Die ach so gefährliche Piratenflotte einfach mal mit einem Kanonenturm vernichtet. Gut, dass ich die nicht gelöscht habe, die Einheiten, die da drin waren oder sind. Werkzeug, ich brauche für alles Werkzeug. Jetzt gib mir diese scheiß Tonnen Werkzeug, Alter. Dankeschön. Meine Fresse. War jetzt ja auch eine schwierige Geburt, das Ganze. So, los geht's. Produktion starten. Ihr dürft euch weiterentwickeln. Und dann gucken wir hier mit ihm hier gleich mal, dass wir eine Insel mit Tabak besiedeln, weil Tabak bringt, äh, mehr. Aber kostet auch ein bisschen mehr. Da sind 30. Zwei davon sind 60. Plus das hier sind 76. Das hier sind 80. Aber ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Tabak. Aber für den Anfang würde das ja wohl reichen. Es ist Tabak sogar lukrativer, weil das Ding... Warte mal, müssen wir kurz warten, das was wir bauen können. Ich weiß gerade nicht, wie viel mehr Tabak bringt tatsächlich. Die haben's ja eilig, die Jungs, aufzusteigen. Holy shit. Jetzt fährt er zum Werkzeug. Ja, jetzt hat er Werkzeug dabei. Das ist Werkzeug. Geht aber richtig steigen. Aber 20 mehr. 20 Moneten bringt's mehr. Krass. Gut, der ist erstmal keine Bedrohung mehr, die Pirat. Das ist okay für mich. Ähm, du fährst doch mal bitte jetzt von hier nach hier und lädst ein Werkzeug, Holz und Steine. Los geht's. Dann kriegen wir nämlich jetzt immer das frischeste Holz, äh, Werkzeug direkt auf vom Markt in die Dasch. Okay, Einnahmen gehen ein bisschen zurück, ist jetzt nicht das Problem. Wir haben kein Salz mehr, daran wird's liegen. Da könnten wir uns vielleicht auch erstmal mit beschäftigen, dass wir ja eine kleine Salzproduktion aufmachen. die ist ja nicht so teuer, kostet 5 Werkzeug, 10 Werkzeug, plus 15 Werkzeug brauchen wir dafür. 4 Tonnen haben wir. Wir könnten uns theoretisch auch es leisten, das hier mal abzuladen und nochmal eine zweite Werkzeugschmiede zu bauen. Dann kannst du weiterfahren. Ihr könnt euch wieder verbessern. Warsteiner, ich grüße dich und ich danke dir für den Sub. Freut mich, dass du dabei bist. Willkommen an Bord und viel Vergnügen auf unserer Reise durch die Vergangenheit, möchte ich ja schon fast sagen. Durch die Nostalgie. So, wir können mal kurz hier unseren Marktplatz ein bisschen schöner gestalten. So. Guck mal. Sieht doch gleich viel schicker aus. Ja. Unser Ziel wird jetzt denke ich erstmal sein, ein bisschen Salz ranzubekommen. Achso, jetzt hat mir irgendwie hier Werkzeug verkauft. Das braucht noch gar nicht mehr. Neun Tonnen haben wir. Wir brauchen 15 hatte ich gesagt. Und dann hoffe ich einfach mal darauf, dass wir hier Salz bekommen, weil eine andere Insel gibt es nicht, wo es Salz geben könnte. Ne. es muss hier sein. Aber wir können ja theoretisch nochmal das Ding hier bauen. Hier so eine kleine Festung. Die kostet ja nur Werkzeug. Was wir gerade nicht haben. Aber theoretisch könnte ich es bauen, einen Scout bauen und dann da mal rauflaufen, nur um sicher zu gehen. Oder ich investiere einfach ein bisschen Werkzeug und gehe ein Risiko ein. Fahren wir mal hin. Bauen wir mal ein Kontor hin. Ich denke, das wird passen. So, wir haben dann noch hier ein Ach, der kommt nicht an die Kneipe ran. Gut, das ist natürlich bitter. 500 Menschen? Krass. Schon? 11 Tonnen Werkzeug. Alles klar. Das ist doch schick. Bauen wir mal eine schöne Schule. Die kostet doch nur 10 mal den Unterhalt. Setzen wir sie da hin. Strömen sie gleich alle rein, weil sie gebildet werden wollen. Das nenne ich Motivation. Gleich mal eine Feuerwehr. Damit wir hier auch für einen eventuellen Brandfall gerüstet sind. So, die Frage aller Fragen. Ein Salzvorkommen. Perfekt. Die Insel hat reiche Salzvorkommen. Reiche Salzvorkommen. Ich hab Salz! Oder so war das, ne? So, so, batatum. Salz und Salz. Tada! Now we got some some salt. Des weiteren Alkohol können wir hier anbauen. Ich denke, Alkohol werden wir auch brauchen. Ich glaube nicht, dass diese drei Farmen hier reichen werden. Aber aktuell hält es sich. Wir warten mal fünf Minuten. Und in diesen fünf Minuten schnappen wir uns mal hier das Zeug, was hier drauf liegt. Und holen uns dann die Insel hier noch. So würde ich sagen, sieht der jetzige Plan aus. Und ich denke, die 25 Tonnen sollen reichen, damit wir hier eine ganz vorzügliche Tabakproduktion aufbauen können. Dum, 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 dum. In eurem Städtchen wohnt man gerne. Das weiß ich. So, da kann man Kontorien setzen. Ahoy, Captain! Ahoy, Captain! Hü-de-la-dun. Ah, perfekt. Ne, setzen wir hier vorne hin. Hier so. Da so. Eins, und zwei. Und die Tabakerei. So, dann kriegst du nämlich einen neuen Auftrag. Wir lassen das mal kurz alles wegfallen. Du fährst von hier nach hier und dann nach hier. So, dann lädst du hier nämlich auf. Tabak. Tabak. Hier lädst du ein. Hä? Das ist ja Quatsch. Warum ist das denn hier? Ist egal. Hier lädst du ein Salz. Hier lädst du aus. Tabak und Salz. Salz. So, und dann können wir hier nämlich auch aufhören, Salz einzukaufen und ich verstehe nicht, warum er jetzt die Runde so rumfährt. Ich meine, im Endeffekt macht es keinen Unterschied, aber vielleicht wäre es mir lieber gewesen, dass er anders fährt. so, die Route passen wir mal hier ein Stück an und ja. Ja. Kleine Unsinnigkeiten in der Route, die können wir austangieren, das geht noch. Perfekt. Dann hoffe ich mal, dass sich das hier gleich alles wieder einpendelt. so, wie sieht es denn jetzt hier aus mit dem Alkohol? 7 Tonnen, ja, ich wollte schon sagen, also wenn das gereicht hätte hier mit dem Alk, da wäre ich ja aus allen Welten gefallen, so. Aber aktuell haben wir noch Alk, wir könnten uns theoretisch auch noch ein bisschen was von hier kaufen. Hallo? Achso, will er mir gerade nicht sagen, wie viel es kostet. Na gut. Ich glaube, Piraten verkaufen immer zum günstigsten Preis, ne? Wenn ich jetzt hier Alkohol verkaufe, 29, alles klar. Gehen wir jetzt mal von 29 Tonnen aus. Wir haben keine Stoffe mehr, das ist natürlich auch nicht so schön. Baumwolle können wir hier aber anbauen. Äh, können wir nicht, weil wir noch keine Bürger haben. dann müssen wir mal kurz ein bisschen expandieren. Gold! Ich bin reich! so in der Art. Gut, pass mal auf, setzen wir erstmal die zwei Häuser noch hin. Dann, ach, so, ist ein bisschen heller jetzt. Ziehen wir mal die Straße hier durch. Hauen wir das alles weg hier. Tabak und Salz, perfekt. Tabak kannten sie bisher noch nicht. Doch, kannten sie schon. Da kaufen sie auch direkt alles wieder weg. Exquisite! Idee! Wieso hat denn der sich noch nicht die Birne zugeschüttet? Ah, okay, wollte ich schon sagen. Warum hat er sich nicht die Birne zugeschüttet? Warum tut er das nicht? So, dann müssen wir als erstes nochmal den Alkoholkonsum hier in den Griff bekommen. Es geht scheinbar weniger zurück, als ich anfänglich dachte. Sehr schön, du lieferst hier Tabak ab und Salz natürlich. Dann schnappst du dir bitte nochmal von allem so ein bisschen was. Fährst hier wieder rüber. Schade schon nicht. Ein Brand wütet in eurer Stadt. Dafür habe ich eine Feuerwehr. Dann kann das hier alles abgeladen werden und du fährst schon mal weiter. Dann packen wir mal hier eine Hopfenplantage hin. Und hier eine. Und ja, ich weiß, ich habe sie jetzt falsch rumgesetzt, aber ich habe mich gerade tatsächlich nicht drauf geachtet. Das ist ein freflerisches Vergehen, was ich da begangen habe, aber es lässt sich jetzt leider nicht mehr ändern. So, hier lädst du jetzt ab sofort nicht nur noch Salz auf, sondern auch EIOL. Und hier lädst du EIOL ab. Und theoretisch machen wir... Nee, wir machen nicht plus. Wir haben ja hier noch 34 Minus wegen den guten Kanonen-Dudes. Aber warte mal, was ist denn jetzt eigentlich mein Auftrag? Baut eine Stadt auf, in der mindestens 2000 Einwohner leben und vernichtet das Piratengesindel. Das lässt sich doch arrangieren, oder? Eine Dürreperiode sucht euer Land ein. Das sieht natürlich nicht so schön. Und das trotz Dürreperiode, ja. Ich bin fasziniert. So. Kommen jetzt nochmal ein paar Häuserchen hin. 2000 Einwohner ist natürlich auch schwierig hinzubekommen mit Pionieren und Siedlern. Da brauchen wir die... Die... Die Jungs halt. Verdammt, wie heißen sie? Bürger! Bürger heißen sie, genau. 200 Bürger brauchen wir ja. Fruchtbarkeit reicht doch, oder? Genau, wachst mal heran. Wir fressen ja auch alle Holz hier, ja, Mist. Kommt hier nochmal ein neuer Holzfäller hin? Lumberjack Jack. Dann findest du noch du da hinten. Da kommst du nicht an die Kirche ran. Was ist das denn? Forschen kann ich mir alleine. Egal, hier kommt noch eine neue Kirche hin. Kirche kommt da hin. Eine Kirche. Ein flammendes Inferno bedroht euer Feuerwehr. Ach, hier vorne. Ja, gut, da kommt die Feuerwehr hin. Gar kein Problem. Die kommt sogar überall dran, außer dass hier hinten... Mab, 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 mab. Hm, 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 hm. So. Oh, lol. Wir haben ja gar keine Nahrung mehr. Holy shit, sicher. Jetzt... Ähm... So. Oh, komm, gib mir mal bitte schnell ein bisschen Geld hier. Lasst mich nicht im Stich, Leute. Wie ist das jetzt auf minus 500 gesprungen? Kann mir das mal irgendwer erklären jetzt? Nicht so richtig, oder? Pass mal auf, hier müssen wir mal gerade pausieren. Effekt zur Produktion mal gerade einschlafen lassen. So. Das war ein bisschen... Ach. Deswegen. Vielleicht. Na gut, deswegen hätte ich vielleicht die 350, aber... Deswegen springt man das doch nicht auf minus 500, ey. Das ist... Ist ja egal. So, Nahrung kriegen wir jetzt auf jeden Fall hoffentlich wieder ein bisschen was dazu. Nahrung verkaufen. Ähm. Hier verkaufen. Salz können wir verkaufen. 70 Tonnen. Alkohol. Naja, haben wir auch nicht so richtig. Stoffe haben wir nicht so richtig. Nahrung fädelt sich jetzt hoffentlich gleich wieder ein. Und dann müssen wir mal zusehen, dass wir ein bisschen Money ranbekommen hier. Money in the cash. Ah, cool. Anno ist abgestürzt. Gar kein Problem. Starten wir einfach das Spiel nochmal und hoffen darauf, dass ich fortsetzen kann. Gesundheitsschutz. Ja, ja. Spiel fortsetzen. Ah, cool. Oh, da haben wir einiges noch nicht. Hier hinten unsere Häuser. Den Alk nicht. Den Tabak haben wir schon. Aber dann kann ich ja jetzt schon mal hier, ähm... Nahrungsproduktion erhöhen. Damit wir dann nicht gleich in den Engpass kommen. So. Ein Rind. Zwei Rind. Und den Fleischer gibt's noch kostenlos dazu. Perfekt. Genau, dann kommen wir wieder an die Nahrung ran. Dann verkaufen wir mal Salz. 80 Tonnen. Alk hoffen wir, dass das einfach gleich mehr wird. Plus machen wir noch. Er hat nix gekauft. Das ist bedauerlich. Naja, will ich jetzt nicht. Genau, lad das mal beides ab. Dann. I kept... Dreh... 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 Nee, jetzt gerade nicht. Sorry, m'lady. Was kosten das hier eigentlich? 250... 500... Plus die Felder. 800... 800... Oh, ist schon... Ja, das ist nicht so schön. So, einmal alles abladen. Weiterfahren. Weiterfahren. Hier gibt's nichts zu sehen. Aber gut, dann kann ich's jetzt ja richtig hinsetzen. Machen wir's so. Ja, das hab' ich mir fast gedacht. Da, 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 da. Da, 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 da. Dann könnt ihr euch hier eigentlich auch nochmal schlafen legen. Verdienen wir nochmal ein bisschen mehr Geld. So, hoffe ich zumindest. Ah, da kaufen sie gerade fleißig. Tabak. Aber jetzt wird's schon... Nee, wird's mehr, wird's weniger? Man weiß es nicht genau. Jetzt wird's... So, dann ist der zumindest schon mal fertig. Kriegt der ein bisschen was hier als nächstes. Ich nehme an, wenn er jetzt hier gleich wieder da ist mit seinem Tabak, dann geht's wieder steil. Dann stürmen sie nämlich jetzt hier wieder alle los. Tabak kaufen. Okay, der ist dann auch fertig, so wie's ausschaut. Dann bauen wir hier mal wieder die Häuser hin. Perfekt. So, dann könnt ihr wachsen. Alkohol fehlt halt massiv. So, Alkohol. 300 brauchen wir noch, dann haben wir das. 300 Takinos. Perfekt. Dann für dich wieder. Einladen. Alk. Ausladen. Ausladen. Alk. Okay, er hat noch kein Alk produziert. Das ist auch nicht filtert. Wälder, wild. Werkzeug brauchen wir aktuell nicht so wirklich. Steine, du kannst eigentlich auch mal pennen. So. 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 So, steiget auf. Werter Pöbel. Wir brauchen noch mehr Alkohol. David Barbie. Barbie. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich bedanke mich für dein Sub und heiße dich. Willkommen. Captain Venner. Ja, moi. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Barbie. Ich finde... Hätte auch sein können, dass man es sehr englisch ausspricht oder so. Ich grüße dich ebenso. Ahoi. Willkommen an Bord. So. Wir haben übrigens kein Geld, um weitere Alkoholproduktionen zu errichten. Natürlich ist das einzige Haus, was nicht gelöscht werden kann. Da reicht die Feuerwehr für nicht hin. Ah, okay. Also David. Ah. Eigentlich solltest du arbeiten, ja. Das klingt natürlich auch schon mal sehr gut. Also eigentlich ist halt auch immer so ein Wort, das lässt sich einfach und gut verwenden. Ja, wie gesagt, den Barra-Begriff, ja. Kenne ich, wenn du bei der Arbeit bist oder, weiß nicht, machst du Homeoffice, man weiß es nicht. Ich kenne es nur, wenn ich bei der Arbeit bin und nichts zu tun habe, was auch... Boah, die quatschen ja auch schon wieder viel. Wenn du bei der Arbeit bist, nichts zu tun haben, hast, dann... Ist das Internet eine willkommene Ablenkung? Ach, eigentlich hast du recht und eigentlich mag ich das. Ah, Homeoffice. Ja, gut, da kommt man natürlich noch wesentlich schneller ins Internet als unterwegs. Jo. Wie schaut es denn eigentlich aus mit den Finanzen? Geht soweit gut. Wir können mal hier einen wieder arbeiten lassen. Wie sieht es aus mit dem Alkohol? Natürlich bescheiden. Wir hätten damit rechnen können. Gut, gucken wir mal, dass wir hier hinten noch ein bisschen Alkohol hingesetzt bekommen. Oder warte mal, der hat doch jetzt gerade was gebracht, oder? Ja. Wir bauen einfach noch mehr Alkohol an. Man kann nie genügend Alkohol haben. Captain Venner, ich danke dir für deinen Follower. Zu freundlich von dir. Habt ihr eigentlich gerade irgendwas Spezielles zusammengetan? Oder war das jetzt einfach nur so? Guck mal, die Fälle sind natürlich jetzt auch Premium geworden. Würde mich freuen, wenn du mich unterstützen könntest in Form von Raids. Auf jeden Fall. Ich hab jetzt keinen festen Stringplan. Discord Rules. Ne, ich mach das eigentlich immer so ein bisschen spontan tatsächlich. Ich nehme die Folgen auf, die ich hier bei Discord praktisch, also das, was ich, äh, bei Discord sag ich schon, bei Twitch, was ich streame, das lade ich dann später noch bei YouTube hoch und wenn da dann irgendwann die Folgen ausgehen, dann mach ich halt den nächsten Stream so ein bisschen in in der Manege. Also, ich hab jetzt nicht so, dass ich, äh, festen Stringplan habe, auch weil das mit der Arbeit nur schwer vereinbar ist, weil ich eine sehr verwirrende Arbeitszeit habe. So, warum bist du denn geschrumpft? Du hast keinen Alkohol. Das ist natürlich ein Grund, sich zu degradieren. Das kann ich absolut nachvollziehen. Wir brauchen mehr Alkohol. Leder brauchen wir auch mehr. Ja, genau, Schichtarbeit. Und dann ist es halt auch so, zwei Tage arbeiten, zwei Tage frei, drei Tage arbeiten, dann wieder zwei Tage frei, zwei Tage arbeiten, drei Tage frei und immer so weiter. Und dann gibt's halt auch nur Tag- und Nachtschicht. Das heißt, von sechs bis sechs immer. Und dementsprechend, also theoretisch ist es weit vorhersehbar und man könnte es gut planen, aber, ja, nicht. Ich mach's halt so, wie es mir in den Kram passt. Weil man will sich ja auch ab und zu spontan mit Freunden über Discord und so weiter treffen. Da, finde ich, ist es einfacher, wenn man spontan streamt. Aber ich sag mal so, alle drei bis vier Tage streame ich schon. würde ich meinen. Ja gut, ich stelle auch gerade fest, die Folge, die ich gerade am Aufnehmen bin, hat jetzt 48 Minuten, was eigentlich ein bisschen zu viel ist. Oh Gott, die Leute quatschen aber auch viel. Das ist jetzt auch kein Problem. Dann, äh, würde ich mich einmal ganz gekonnt aus der Folge verabschieden. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl, wertes Volk. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020